Ich glaube, dass die Stimmung sehr, sehr gut sein wird. Also ich bin ein großer Fußballfan. Ich gehe gerne zu Fußballspielen. Zwei Nationalspielerinnen zu Besuch im Palais Bourne, der Residenz des deutschen Botschafters. Die Ziele der deutschen Damen klar. Wir wollen als Gruppensieger uns für die K.O.-Runde dann qualifizieren und natürlich uns dann auch für nächstes Jahr Olympia qualifizieren. Mindestens Viertelfinale, wenn nicht sogar Halbfinale. An Unterstützung wird es den deutschen Damen nicht fehlen. Auch nicht im Land des WM-Gastgebers. Ich freue mich riesig auf die Spiele der deutschen Frauennationalmannschaft hier in Frankreich.